So, und dann warten wir hier, bis er das Ding abgegeben hat. Lauf, kleiner Gobbo, lauf. Ich weiß echt nicht, hätten wir dafür irgendeinen Zauber vielleicht gebraucht, um an den Bogen zu kommen. So, Quicksave machen. Und dann bewegen wir uns hier hoch zu dem Altar. Oh, Darkness Incarnate, come to serve me. Argo munna podshino shino shomak. I won't let this happen. The wand belongs to my brethren. What are you doing? Guards! Seize him! Where am I? Who dared summon me? I'll destroy you all! Foolish Dwarf! It's your fault the demon is out of my control. I must escape while the barrier is still holding it. Everything has gone wrong. Where's Feren? What's happened to him? Alas, he's gone. Leave this place quickly. I must report to the guild at once. The day has come. Hail to the Dark Lord. Do you want to serve me, filthy creatures? Get the dwarf who escaped with the wand. Your witch is our command, Master. He'll be at your feet in no time. Find the mage who dared summon me. Gather my army. How mighty as Necromancers are working on it now, my lord. All must pay for disturbing my peace. We're awaiting orders, Master. Ja, jetzt sind wir der dunkle Magier. Und wir haben eine Armee aus Untoten, mit der wir entweder den Zwerg verfolgen können oder Zorrogan. Ja. Nehmt Tod Leuchtkraft den Zauberstab der Herrschaft ab. Der Zwerg ist uns zum Tempel gefolgt und hat den Ruthus unterbrochen. Das kostbare Artefall ist nur in seinem Besitz. Zorrogan hat einen mächtigen Chaos dem und gegen seinen Willen beschworen. Dafür muss er bezahlen. Ja. Ja. Ja, den Zwerg werden wir von hier aus leider nicht einholen können. Ja. Ja. Und Zorrogan hat unsere Armee, unsere ehemalige. Ja, und lustigerweise hat uns das jetzt auf Führungskraft Stufe 5 zurückgebracht. Und unsere Energiezauber sind zu... Also ja, viel wurde jetzt zurückgesetzt. Okay. Super. 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 Dummer Zwerg, er sprang mit dem Zauberstab in den Wasser fahren und ist so gut wie verloren. Wir waren so nah dran, den Zwerg zu fangen. Folgt dem Magier, er darf nicht entkommen. Also ja, so ist der Zauberstab der Herrschaft verloren gegangen. Der Zwerg ist hier lang damit. Und ist dann hier runtergesprungen. Der Zwerg ist hier in den Zwerg zu den Brink des Destruktion. Believe me, es war Farren, die mich in den Zwerg zu fangen. Gords, keep an eye on Zorogon. The Council will judge him. Dammit! Ja, Sieg. Wir können auf Fortfahren klicken. Machen wir das einfach mal. Mal gucken, was dadurch passiert. Aber eigentlich sollten wir jetzt im Hauptmenü landen, oder? Ja, gut. Let's Play, abgeschlossen. Kampffähigkeit, gekaufte Einheiten, 8. Angeworbene Krieger, minus 5.53. Getötete Feinde, zerstörte Gebäude, verlorene Einheiten. Komisch, gekaufte Einheiten geben Pluspunkte, aber verloren, angeworbene Krieger wieder Minuspunkte. Gesamtmächtigster erschlagener Gegner, riesiger Vorrog. Am häufigsten getöteter Gegner, Höhenmonster. Der Feind, der die meiste Erfahrung einbrachte. Großes Höhenmonster. Ja, okay. Insgesamt 7 Stunden 43. Mit Naden und so weiter. Gelernte Zauber, einer, gerade mal. Verwendete Zauber, ja. Verschiedene Zauber. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Verbrauchtes Mana und Gesamtpunktzahl. Mächtigster verwendeter Zauber, Zauber, der das meiste Mana verbraucht hat, Lieblingszauber. Erforscher. Enttöte Geheimnisse. Da gab es Geheimnisse. Okay, gewundene Artefakte, ja. Geschirftes Gold, restliches Gold. Ja, okay, das ist... Erfahrungspunkte. Haben wir eigentlich viel mehr gemacht. Restliche Erfahrung. Gesamt. Teuerstes Artefakt, wenn es von Tosch wird. Das haben wir allerdings für die Quest hergeben müssen. Am häufigsten benutztes Artefakt. Schriftrolle Wissen. Und Goldstücke haben wir am häufigsten benötigt. Ja gut, okay. Und damit sind wir wieder im Hauptmenü. Und haben jetzt den Weg des Meisters, Kapitel 1. Und der Ork-Kahanat, Kapitel 2, freigeschalten. Also, wir müssen jetzt erst die beiden machen, bevor wir das letzte freischalten können. Ja, wir starten jetzt ohne Umschweif in Kapitel 1. Der Weg des Meisters. Der Weg des Meisters. Als imperialer Magier verkleidet, streicht sie durch die Länder von Denmore. Sein einziger Instinkt ist es zu zerstören. Sein einziges Ziel ist die Rückkehr ins Chaos. Gut, fangen wir mit Holtz' Zauberbuch an. Der Weg des Meisters. All of his powers were stripped, save one. The ability to raise the dead, to serve as his minions. Ja. Der Weg des Meisters. Den bösen Dämon C ekelt alles an dieser Welt an. Das Zauberbuch des nächtigen Rekomanden Roll ist vielleicht seine einzige Hoffnung, ins Chaos zurückzukehren. Das ist der Ork's Realm. Der Grimoire von der famous Necromancer Rhol ist irgendwo in diese Lande. Das Buch wird mir helfen, zu retten meine Wissen von Dark Magik. Before I start looking for it, I must establish a base. A deserted tower would be ideal. Mhm. Also. Wir haben jetzt Chaos-Magie. Wir sind wieder auf Stufe 1. Wir haben jetzt die Fähigkeit Tod kontrollieren. Dadurch können wir die Untoten kontrollieren. Ja, und hier sind zwei Ork-Clans und ein Briganten-Lager. Ach. Läser. Bis bald. ла accidents stood auch. Ja, schweigt uns. Ausatmen auch. Und ja, nachdem wir im Vorgänger die ganze Zeit gegen Untote gekämpft haben, dürfen wir dieses Mal hier Untote benutzen. Ja, und dafür brauchen wir einen Neuling, so und die Zauber müssten wir jetzt alle lernen. Erstmal muss der Vagabundenmagier weg. Yes!